Okay. Okay, gut. Warte, wenn er genug... Oh! Das ist der gegnerische Mercy. Oh nein! Shit! Jawoll! So Leute, wir sind uns der Markus am Kanal GameCube und... Der Yogo! Und ich spiele heute random mal wieder eine Runde Overwatch. Schon ein bisschen länger her. Beim Yogo sogar noch... Um einiges länger als bei mir. Ich spiele heute als Hanzo. Yogo spielt als Diva, soweit ich das gesehen habe, oder? Ja. Saria... Ah, fuck. Wurde ich mir gerade an Saria ranwagen. Kann ich geliebt werden? Nee. Oh, ich glaube, ich habe gerade ausgesehen... Bäschen umgebracht. Indem ich meinen Pfeil geschossen hat, während der... Gegenart der Genji. Nee, das war... Genji, ja. Ja, ja. Aber ich habe einen Pfeil geschossen, während der noch Ding war, weil ich es falsch eingeschätzt habe. Ups. Deswegen habe ich, glaube ich, gerade Genji getötet. Ah, was soll's. Oh nein! Warum ist Gegnerisch Saria so gut? Warum weiß sie, wie man den Champ spielt? Hä, warum war ich gerade blind? Gibt's... Was? Neue Attacke wohl. Ich habe gerade kurz so schwarz gesehen. Aber das war jetzt nicht, weil irgendwas falsch war. Oh mein Gott. Ingame. Okay. Ähm. Gibt's irgendeine Attacke oder sowas? Nicht, dass ich wüsste. Wie gesagt, bei mir ist auch schon ein bisschen länger her, als ich das letzte Mal Overwatch gespielt habe. Aber ich habe davon nichts mitbekommen. Und das hätte ich eigentlich mitbekommen, denke ich mal, wenn... eine neue Attacke... wäre. Hanso war vielleicht nicht die beste Wahl für den... Wiedereinstieg. In Overwatch. Okay, Double Kill. Immerhin. Nice. Ich muss mal eine Rechtsklick-Attacke öfters benutzen. Ich geh gerade ein bisschen ab, kann das sein? Ruf bei dir. Nein. Ist immer so. Wenn ich aufnehme, gehst du ab. Wenn du aufnimmst, geh ich ab. Ja. Ja, jetzt geh ich nicht mehr ab. Fuck. Ich hasse Reinhardt, Alter. Ja, Reinhardt ist schon ein krasser Typ, wenn man ihn spielen kann. Ja, der tackelt mich die ganze Zeit, dann bin ich schon aus meinem Leben draußen. Mein Ult ist ready. Hast du irgendwie... Ne, wir haben keine Ult, die man zusammen spielen könnte. Mhm. Schaut mit den Augen. Was ist da? Irgendwie ist unsere Team-Komposition ein bisschen inkonsistent, habe ich das Gefühl. Irgendwie... Na schön. Genji ist da. Das seht ihr aber, glaube ich. Alter, ich wurde wieder gepackt. Das ist unglaublich. Ich versuche dir zu helfen. Okay, Reinhardt hat es schon erledigt. Ja, ich muss ja... Oh, Loi. Was? Ah, egal. Das war gerade zufällig. Zari auszusehen gekillt. Lass mal zurückschieben. Jo, bin da. Oh mein Gott, nein. Oh, schade. Ja, das ist gerade... Ich sag mal noch Bescheid, dass meine Ulti ready ist. Vielleicht können Reinhardt und ich uns hol's ja irgendwie... Kombinieren. Hat spielt jetzt jemand Ander? Einer von uns, oder was? Okay. Ja. Anstatt Reinhardt, aber ein anderer hat Reinhardt genommen dafür. Ja. Reinhardt countert so ein bisschen lieber, habe ich das Gefühl, wenn er... Ah. Würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ja, also wenn er mich gepackt kriegt halt. Ja, so wie jetzt. Der fokust mich halt die ganze Zeit. Weil das kann ich nicht blocken. Oh, die Ult war schlecht. Schade. Fuck. Ey, dieser Reinhardt, der packt mich schon zum sechsten Mal. Das... Obwohl ich... Ne, ich bin nur viermal gestorben. Der packt mich schon zum vierten Mal. Jedes Mal, wenn ich gestorben bin, ist es deswegen, weil er mich aus meinem Mac gepackt hat. Ich muss... Kann niemand nicht mal irgendwie ausschalten. Ich kann nicht mehr an ihn ran. Ich versuche schon mein Bestes. Ich... Bin grad nicht so gut mit meinem Aim. Zarya ist tot. Danke. Das war grad... Gefühlt in letzter Sekunde. Okay, Genji ist tot. Danke. Jo. Kein Problem. Reinhardt kommt von links. Ist hinterm anderen Reinhardt. Bis. Hab ihn. Hm, da sind viele Leute. Mein Ult ist übrigens wieder ready. Meine auch. Ich werde grad von Pharah attackiert. Oh, ich bin ein bisschen im Arsch. Hier kann ich noch mal markieren, dass meine Ulti ready ist. C und dann nach unten. Also mit C kannst du halt die ganzen Sachen ein... Ja. Es gibt auch so kurz Dinger. Ich glaub bei X ist direkt Healing brauchen. Das weiß ich nicht. Doch, das hab ich grad gemacht. Ich hab's ja mal probieren, wenn du X drückst. War ein bisschen schlecht. Ich hatte halt grad verstärkte Leistung. Deswegen... Dachte ich, wird's vielleicht was. Schade. Wow. Ja, aber eigentlich geht die Ult ja durchs Schild von Reinhardt durch, weißt du. Äh, warum hat's doch nicht geklappt? Ich hab mich auch gewundert. Ich hab einen getötet bekommen, aber irgendwie... ist Reinhardt nicht draufgegangen. Also nun... Vielleicht wurde das geändert, aber normalerweise geht es ja durch. Außer er blockt den Pfeil am Anfang, aber das hat er ja nicht, sonst hätte ich ja keinen getötet. Das Ding ist auch, äh... Das... Ich hab übrigens Gefühl, dass die Ult weniger rollt als vorher, weißt du was ich mein? Ähm... Weil weniger fliegt oder was? Ja. Weniger weit fliegt? Keine Ahnung, kann sein. Wie gesagt... Ja. Von solchen Änderungen... Also hab ich jetzt nichts mitbekommen, weil ich... Ich lese halt die Changelogs nicht durch. Oh nein, schon wieder Pharah. Ja... Naja, die ist relativ... gut gegen mich. Achtung, dann macht du Ulti. Ich bin tot. Ah ne, doch nicht. Ich lebe nie aus. Heute werden wir uns ohne facecam, weil es ziemlich spontan ist, falls ihr euch das fragt. Gegner werden wiederbelebt. Gegner werden wiederbelebt. Nein! Oh, 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 oh... Wir müssen uns mal um Pharah kümmern. Ich kann mich nicht um Pharah kümmern. Oh, die ist fast tot. Die fliegt von mir weg. Vor wem fliegt sie denn nicht weg? Hab sie. Ja, du kannst ja... Ja, ich kann sie relativ gut treffen. Ich muss ja an ihr dran sein, um Damage zu machen. Du kannst sie ja snipen. Jo. Ja, die Runde sollten wir gewonnen haben. Ich behalte mal kurz meine Ulti noch, falls irgendwas passieren sollte. Ah, sag lieber nichts. Ich versuche mir gerade die Healerin hinten zu schnappen, aber ich bin leider zu schlecht mit meinem Aim grad. Ja, ich habe Saria runtergeschmissen. Nice. Verspätet ist nice, aber nice. Oh na, aua gut. Rein hat dann einfach weggeboxt. Ja, ich wusste, dass du das machst. Ja, ne, ich habe... Ah, okay. Alles klar. Es sah halt so aus. Mir schon den Credit geben. Mir schon den Credit geben. Ja, ist gut, Yogo. Yogo hat dir weggebobbt. Oben ist Hera oben rechts. Wo? Bei uns. Jetzt sprichst du runter und Justice machen, ist tot. Oh nein, Reinhard, komm, bitte. Ah. Danke dir hier. Nice. Gut, ähm... Alter, Diva macht schon Spaß. Schon, ja. Aber ich glaube, ich habe keinen Play of the Game. Ich weiß nicht. Äh, what? Hä? Aber ich weiß nicht wo. Weil so viel... Ja, okay. Da habe ich zwei oder so noch gekillt. Und habe wohl lange gebraut, um Reinhard zu töten. Ich habe einen Reinhard... Bei Reinhard wohl verkangen. Da habe ich es auch noch hinbekommen. Ah ne, das war nicht da. Guck, nur zwei Kills unterhalten auf Ferber. Ja. Ja, gut. Wir können ja noch eins hinten dranhängen. Das war jetzt schnell. Ja, alles klar. Dann seht ihr hier vielleicht einen Cut. Vielleicht auch nicht. Vielleicht lasse ich einfach die Aktion laufen. Falls ihr keinen Cut zieht. Ah, fuck, der kam jetzt nicht. Der kam irgendwie scheiße, Joko. Ja, der kam richtig scheiße. Ja. Es sollte eigentlich vom Bauch raus, aber irgendwie kam er vom Hals. Da war noch was drin, weißt du. Und deswegen hast du ein bisschen rausgequetscht jetzt. Ja. Egal. Lecker. Ich stelle neue Instanz. Das heißt, die Gegner sind rausgegangen. Oder auch nicht. Angriff. Was nehmen wir da denn? Auf der Map. Diva. Weil am Anfang wird ein Bestchen oben sein. Ja, Diva ist immer gut. Ich hätte Diva genommen. Aber mir war klar, dass du nicht nimmst. Vielleicht... Roadhog? Ah, wir brauchen vielleicht ein paar offensive Helden. Ich könnte es mal wieder mit Soldier probieren. Hab aber sehr lange nicht mehr gespielt. Und dann noch ein Reinhard wäre gut. Ja, Reinhard oder Winston. Wenn man Winston gut spielt mit dem Schild auf der Fracht, ist es auch nicht schlecht. Und Lucius, denke ich mal... Ja, okay. Zwei oder zwei. Zwei oder zwei. Das sind schon drei. Ja, Wunsch ist gut. Ja, Wunsch ist gut. Es gibt so eine Taktik, ich letztens an Video gesehen habe, dass sich auf den... ... Achso, jetzt weiß ich was du meinst. Ja klar. Also hinter die bleibt, ne? Wenn die die Bastion genommen haben. Erstmal, ja, weil Widowmaker und Bastion, die versuchen am Anfang immer so reinzuhalten, ne? Ja, links oben, wenn man da geradeaus weitergeht, links oben stehen oft Tobian oder Bastion. Genji steht normalerweise auch auf dem gelben Haus oder auf dem links nebendran, aber momentan sehe ich den... Okay, da ist schon eine Anna, wenn ich das richtig sehe. Sehe ich jetzt gerade nicht, ob da eine Anna ist. Ganz rechts hinten war einer, aber oben links ist einer, dort wo du meintest. Ah, aber der Hook geht trotzdem durch mein Schild. Okay. Jaja, der Hook sollte durchgehen. Der geht nicht durchs Reinheitsschild, soweit ich weiß, aber durch dein Schild sollte er durchgehen. Ja, der Reinheitsschild geht er definitiv nicht. Ah, fuck. Da oben ist Bastion rechts. Oh, ich bin... Ah, ich habe ja ein Healschild, stimmt, wie gesagt. Schon länger nicht mehr gespielt. Äh, Bastion schläft gerade. Ich glaube, der kommt irgendwo von links. Ah, ne, da ist er. Also der... Der war links oben, wie gesagt. Ich meinte den Roadhog. Mein Ult ist ready. Ah, what? Ah, okay. Ah, gut, da, da ein bisschen dumm gehandelt der Roadhog. Von hinten geholt. Alter, der Heal rettet mir schon grad ziemlich oft das Leben, ja. Oh, shit. Ich komme zu dir. Nein, ich wurde gehuckt. Traher kommt. Nein. Oh, nice. Alter, die heilt die ganze Zeit um mich, das ist ganz gut für mich. Nein, der ist hochgeklettert, shit. Und habe ich Bastion geholt. Egal. Bastion habe ich. Oben ist wieder... Oben ist McCree, wo Bastion war. Deswegen ist, wenn ich Bastion blocken will, werde ich gehuckt. Das heißt, das muss jetzt eher der Winston mit seinem Schult machen, weil da geht auch der Hupt nicht durch. Ja, die war eigentlich auch nicht so unbedingt für das Team blocken zuständig, habe ich so das Gefühl, weißt du. Da ist es schon zu klein. Ja, aber... Also ist es natürlich gut, wenn du es hinbekommst, aber das ist, glaube ich, nicht unbedingt dafür gedacht. Ja, wenn du vor dem Bastion stehst, dann ist es schon gut. Da ist ein Hanzo. Oh, what? Ja, ich habe vergessen, das Team ist eine. Schaut ganz so viel Damage macht meine Ulti übrigens wieder ready. Also... Die ist ziemlich oft ready, habe ich so das Gefühl. Okay. Oh, Ding McCree. Wo? Ah, der ist tot. Da hinter dir. Oh, Ding kommt. Bastion kommt. Oh, wow. Alter. Ja. Der hat wohl das gute Aim gehabt. Habe ich so das Gefühl, also der... Ja, okay, also... Ja, wow, Alter. Mein Aim mit der Diva-Waffe ist ehrlich gesagt nicht so gut. Hm? Mein Aim mit der Diva-Waffe ist nicht so geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Also... Alter, ich bin gerade in den Drachen reingerannt, das kann doch jetzt nicht sein. Ernst sein. Und ich stand gerade vor, wo es absolut nicht möglich war, da zu entkommen. Oh, die pushen uns voll zurück. Ich brauche noch einen Heal. Töt ihn mal. Du kriegst einen Heal von mir. Ja... War zu spät. Ich bin tot. Also von Meck raus. Ich hab's gesehen. Schade. Okay, auf der Payload. Ich bin auf der Payload. Ich bin hinter dir. Aber ich bin kein Tank mehr. Links kommt McCree. Wo? Wohin? Hinterm Brunnen. Hinterm Brunnen. Okay, aber angeschissen. Nein! Ist tot, ist tot. Rot gerückt. Rot gerückt. Nein! Ich hab da ein Healfeld hingestellt. Ah, du bist gestorben. Ja, der hat noch mal gerückt. Oder war das Rechtsklick? Ich hab's nicht gesehen. Oh, wie oft hat er den Drachen, Alter? Oder sind das zwei Handsluss? Aber ich hab meinen Ult auch ziemlich schnell wiederbekommen. Gehabt. Ich... Oh, hätte ich eine Sekunde länger... Ah, shit. Rotog. Hat mich. Hinter dir, hinter dir. Also war er. Ah, da. Der macht schon gut Damage, der Rotog. Ich lauf mal mit dir mit. Oh, shit. Och, nicht schon wieder. Okay. Haben Rotog in seine Ult getötet, aber ich bin aus dem Meckra... Wow. Bleib mal irgendwo... Och, what? Yo. Alter, der hat ja voll aus der Distance mich getötet. Der hab ich nicht mal gesehen gehabt. Und zwar so'n Lucky Shot. Weil einer bei uns reingelaufen ist. Okay, das war gut. Von Pharah. Oh, wie oft denn bitte, ne? Ja. Oh, what? Warum Valich? Och, McCree ist fast tot. Ah, nice. Die Anna, die nerven schon ein bisschen. Links ist Rotog. Ja, von mir aus rechts. Hab ihn. Okay, Rotog ist tot. Haben wir einen Zenyatta? Ne. Ne, ne, ne. Was hast du da für'n Debuff gehabt? Von Anna? Wahrscheinlich. Ne, ne, von Ding. Von, äh, mercy glaube ich. Ich hab einfach den gegnerischen Bastion. Oh, das war grad... Oh, nein. Das war grad ne ziemlich gute Kombo. Und ich glaub... Weil ich hab leistungsverstärkt bekommen. Und Heal durchgehend. Und meine Ult. Waa, alter, dieser Rotog ist unsterblich. So hab ihn. Bleib ich halt als Tank hier. Ist okay. Achtung, Drache kommt. Ja. Ja, das war grad richtig gut gemacht von der Anna. Die hat voll gut reagiert. Ich hab nicht angesagt, dass ich meine Ult einsetze. Aber die hat mir direkt nen Leistungsboost gegeben. Deswegen hab ich einfach... Äh, ich block den Bastion. Kann ich mehr lange? Bin tot. Nice. Haben Bastion getötet, bin on fire. Ah, fuck. Ja, Hanzo. Ein paar nervige Helden hier unterwegs sind. Was macht Pharah, frag ich mich grad. Die steht im Bissl. Ja, Hanzo hat mich getötet. Shit. Ja, Hanzo hat mich aus dem Mech gebracht. Und dann hat mich noch getötet. Oh, what the fuck. Warum ging mein links... Nach links laufen nicht mehr. Kann mir einer bitte helfen? Bin unterwegs. Oh nein! Oh, okay. Egal. Du hast ihn ja noch bekommen. Das war... Die Sekunde. So, mein Ult ist wieder ready. Und der Drache ist mal wieder bei mir angekommen, aber zum Glück hat er mich nicht bekommen. Okay. Okay, gut. Warte, wenn er genug... Oh. Das ist der gegnerische Mercy. Oh nein. Oh nein. Shit. Shit. Jawoll. Endlich habe ich mal Roadhog bekommen. Okay, ich werde den Bastion blockieren. Der Bastion läuft gerade weg. Ich hole ihn mir. Schlechte Idee. Ich blockieren, ich blockieren, ich blockieren. Ja, nachladen. Hab ihn. Nice. Jetzt noch Mercy am besten. Ah, wieder Bastion. Wieder Bastion. Weg, weg, weg. Das sind zu viele. Kommst du weg? Ja, ich werde gehooked. Egal, Double Kill. Nice. Oh, schon 20 Kills. Oh, Drache kommt. Weg, weg. Du oder ich? Ich wusste nicht, wo du bist. Deswegen. Nee, äh... 20 Kills. Ich habe 21, ja. Ja, ich habe... Anna hat ziemlich gut mit mir kooperiert. Deswegen habe ich meine Ults immer relativ viel gemacht. Oh, ich bin wieder tot. Aber schafft ihr das noch? Die durchzupushen? Unser Affe ist gerade on fire. Äh... Macht gerade seine Ding, meine ich. Seine Ult. Ja, komm, das schafft ihr, oder? Ich habe meine Ults. Mein Ult ist auch gleich ready. Noch 9%. Jo, das sieht so aus, als würde es gehen, oder? Oh, shit, da sind ja alle tot. Ach, shit. Ja, da bin ich jetzt in den Tod gerannt. Halt, wobei? Oh. Heroes never die, nehme ich mal an. Ja. Mercy ist tot, die Gegner sind. Ja, hab sie. Nice. Und, da ist sie. Roadhog stirbt auch. Nicht mal, ich bin gestorben. Egal. Oh, ich habe nicht die meisten Kills. Einer hat mich überholt, wahrscheinlich du, oder? Ja. Ich habe 24. Ja, ich habe 23. Aber nice. Ähm. Rush B. Zwei gute Runden, würde ich sagen. Ja, das war da, wo er dann das OPM hatte. Wobei... Da hat er mich nicht gesehen gehabt. Und da hat er mich eliminiert. Ja, wir hatten es halt durch die Wand gesehen. Ah, okay. Na stimmt. So, Leute. Wir hoffen wie immer auch diese Runde hat euch gefallen. Ähm. Lassen wir mal eine Bewertung da. Lassen wir mal eine Bewertung da. Ein Abo da auch mal. Schreibt in die Kommentare irgendetwas, sodass wir nicht mehr alleine sind. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Jorgo und Markus zerficken wieder jeden bei Overwatch. Ciao. Ciao. Ciao.